Dieses geländetaugliche Naturerlebnisfahrzeug für Kinder mit einem Bewegungshandicap haben zwei Schüler der Bulme in Graz-Gösting entworfen und gebaut. Das Einradgefährt soll in Zukunft auch Schülern mit einer Behinderung die Möglichkeit geben, an Wandertagen und Schulausflügen teilzunehmen. Das Naturerlebnisfahrzeug ist sehr leicht zu steuern, da sich der Schwerpunkt hoch über dem Reifen befindet. Durch eine verstellbare Achse kann es außerdem den Geländegegebenheiten angepasst werden.